Heute ist der 8. April 2022, Mittelmeer in der Türkei. Der Strom, wie vorhin, war in der Welt viel, viel grösser. Aber da ist das Leben einschmeißen auf stürmisch. Das erfordert bestandhaften Hetzigkeiten. Lautes 1. Geht 10. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 25. Sehr schön, das Ganze sichern zu gucken. Untertitelung des ZDF, 2020